Ah, leck mich. Ach komm, weil ich will das scheiß Wand hängen. Mann, ey. Ich will doch nur gerade... Ist das net Level net bald mal vorbei? Mann, ernsthaft. Ich habe schon einmal ihr Leben durchgelassen. Mann. Und dann besser bei... Aber es ist noch ein Tele... Och nein, Fick euch! Fick euch! noch irgendwas hinter mir nein gut wasser komm es muss doch bald mal vorbei sein endet das level denn nie ich bin ja schon richtig ach weißt du was ach jetzt hab ich noch ein zeitlimit bekommen keine ahnung wohin ich jetzt muss zeitlimit zählen für mich ja nicht mehr was muss ich jetzt noch machen irgendwas in die luft hier einen ansteigen ja ich sehe natürlich nicht was jetzt sollte ich mal auf den gegner schießen nicht lebenden gegner zeit habe ich ja zum glück unendlich aber wie sollten alle gleichzeitig ausweichen da ist noch irgendwo eine nicht töten muss richtig dann komme ich durch und bin draußen ach ja zieler fassung steckst du den arsch die ganzen scheiß zieler fassung mal loswerden wo kommt die jetzt noch her mann ich will das spiel nicht abschließen scheißdreck dummer also immer weiter schieße ich nicht weiter so jetzt aber vorher alles zu drüber speichern nein das ist noch nicht erledigt schieße ich weiter schießen alter habe ich die hoppen beschädigt ich bin selbst auf die panser rum wozu schieße ich überhaupt raus leck mich leck mich schmierl leck mich ist denn noch einer oder egal also im turm die luft jagen ich hoffe dass sie mir munition geben ja ich habe es kapiert dass mich leute als ziel erfassen wegner oder was auch immer ich würde sogar mal sehen ist wohl nichts und jetzt herkommt so ich habe mal nachgeschaut was ich jetzt genau noch machen muss das sei nur fickt euch fickt euch einfach da drin ist so ein scheiß kopfgeldjäger den muss ich allen anscheinend nach töten und dann kriege ich einen schlüssel ganz toll da ich noch so viel munition mit meinen waffen habe die kinder spielen weil ich auch so viel leben habe und auch so viel mein glücksspiel wird es noch schafft ich hör mal kurz vom ziel noch so jetzt habe ich keine munition weil die sieht es aus das sieht so aus dass du leben ja ich habe keinen getroffen nein ich habe keinen von denen getroffen ich habe keinen von denen getroffen so treff ich sie vielleicht eher hoffentlich mach ich schieße einfach bis ich leer bin wo ist das schwein habe ich überhaupt einen von euch getroffen spawnt ihr überhaupt erst kann das sein dass er spawnt wenn ich weg bin okay passieren wir nochmal unser glück ich muss doch nur den kopfgeldjäger töten der Rest erledigt sich von alleine dann glaube ich nein das ist nur munition die kann ich jetzt auch ganz gut gebrauchen mach das selbst auf dein Schutzschild so raus jetzt die Tür auf mach die Tür auf lass mich raus mir egal ob da noch an der Schiene ist egal tschüss da kam jetzt nicht noch irgendein Moment da kam jetzt nicht noch irgendwie einer zu oder so nein ah falschen knopf gedrückt toll also nochmal was nehme ich denn in der Trennpuls oder Trennpuls na 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 dra la, na ca, scheiße na tschüss dumm du dumm du dumm dumm du dumm dumm du dumm du dumm 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 du dumm Ja, ich muss da noch ne Kleinigkeit erledigen, 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 erledigen. Oh, ne Kleinigkeit ist gleich vorbei. Dauert nicht lang. Lala è sch訂閱. Lala 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 lala, lala lala lala, lala lala lala. Lala 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 lala, lala 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 lala, lala 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 lala, lala 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 lalaa. Sophia Ellisldigt, hier ö Ölszüket, grafen. Okay. Okay. Lalalalalala. 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 Hat er nicht irgendwo der Schalter hier? ja noch hier, das muss ich wieder hinziehen zu glauben jetzt so la 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 Ah, ich seh grad nix Dummdi dumm 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 Extra Show Teleports machen wir auch mal an Trigger Zones, Bounding Boxes, Kollisions Zones, Untriggered Enemies Old Bills, Bcube Show Plane AGW Lalalalalalalalalala Das ist mein Wasser Liegen noch, Liegen noch Lalalalalalalala Ich muss mal kurz ins Wasser gehen Wasser gehen, Wasser gehen Ja, ich muss mal kurz ins Wasser gehen Wasser gehen Ha, cool Das sieht so irgendwie geil aus Lalalalalalalala 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 Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalala Tum-tum tum, tum-tum-tum... Aufboxen, ja. Hm, was soll ich? Wo war ich auch hier? Dunn-dun-dun-dun, dunn-dun, dunn-dun-dun, dunn-dun-dun Na, jetzt er Da war ja was Als ob ich die Rakete brauchen würde Was ist hier oben überhaupt Nicht interessantes Der Rest ist Trinkgeld kleiner Ah, hier ist die Spawnzone Fast perfekt Nachbrenner Ich dachte ich brauche ein Tooljax dann Naja Ich kenne ja alle Crystal Turbolare Der Rest ist für dich Oh Ich kann das ja so nicht aufnehmen Vergess ich immer wieder Was geht denn Ach dann hört es natürlich auch auf Tschüss Tschüss Ach komm Geht doch viel schneller Geht doch viel schneller Der Framer will disappear Okay Kann dieses Ding doch Kann man dagegen tun Ich hab nur noch 15 frames 1,20 19, 20 Der Reaktor funktioniert noch Nein Ich glaube es sind alle offen Alle kaputt Ja 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 Ich hab ja auch was Guck mal Das ist ja fast auch dein Ziel Oh Spiel steht Egal Oh Ich hab wieder 60 Frames Können wir korrigieren Die Zeit geht gar nicht runter Cool Ja 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 Irgendwas erfasst mich als Ziel habe ich das Gefühl Oh So einen riesigen Kasten irgendwo Schießt doch was auf mich Da unten Wo Jetzt mal Ruhe hier Gut Schön Einfach schön Oh ich hab ein Kristall gefunden Oh noch 113, 150 Oh das war's mit Versacken Oh Ich hab alle durch Auf Totalmahem Macht mir das erstmal nach Also nicht das letzte Das war nur einfach Das kann jeder Das kann sogar ich Haha Nein Boah Ich geh jetzt Render anfangen Und dann geh ich ins Bett Ah Ich wollte gar nicht so lange spielen Ich glaube ich hab jetzt irgendwie 5 Stunden Ne geschmarr Ich hab 3, 4 Stunden aufgenommen Boah Egal Das war's Für heute Für immer Nein Nicht ganz Kommt nur ne Kleinigkeit Egal Karl Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Boah Mir D